Hallo zusammen, ich habe hier ein Kühlaggregat für ein Buffet, eine Ausschanktheke mit einem Mittelpfostenverdampfer. Das ist ein 220 Volt Kühlaggregat mit Kupplungen, das kommt zum Beispiel im Keller und dieses Buffetaggregat, das kommt in das Kühlbüffet und wir haben jetzt das hier mit einer vier Meter langen Leitung mit Kupplungen. Dann kommt hier drunter noch die Tropfschale, sodass das Wasser hier aus dem Buffet runter tropft. Wir haben hier eine Seite im Ventilator, hier im Ventilator. Wir haben auch das gleiche mit zwei Ventilatoren auf der einen Seite, so könnte man das Teil an eine Wand schauben, dann zieht er hier unten die Luft an und hier oben wieder raus. Diese Leitung hat vier Meter und die kann man hier direkt anschliessen und hier ist jetzt das Aggregat ohne Thermostaten, ohne elektrische Verdrahtung, also nur kältetechnisch. Diese Kupplungen zusammenschrauben und das System funktioniert. Ja, das ist ein Kühlaggregat für 230 Volt ohne irgendeinen grossen Schnickschnack zur Selbstmontage. Hier ist noch das Tippenschild. Das ist noch das Tippenschild.